Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Sarah schockierte und machte ihr Angst. Sarah wusste nicht, wie sie mit der Diagnose umgehen sollte. Aber Sarah war eine Kämpferin und beschloss, ihr Leben nicht von der Krankheit bestimmen zu lassen. Sie begann, sich über die Krankheit zu informieren und fand heraus, dass es heute viele Behandlungsmöglichkeiten gibt, die das Leben von Menschen mit Aids verlängern und verbessern können. Sarah arbeitete mit Ärzten und Spezialisten zusammen, um ihre Gesundheit zu verbessern und ihr Leben zu verlängern. Die Diagnose Aids hatte jedoch auch schwerwiegende Folgen für Sarahs Leben. Sie verlor ihre Arbeit, weil ihr Arbeitgeber befürchtete, dass sie die Krankheit auf andere Mitarbeiter übertragen könnte. Sarah hatte plötzlich kein Einkommen mehr und konnte ihre Miete nicht mehr bezahlen. Kurz darauf wurde Sarah obdachlos und musste auf der Straße leben. Ihr Leben wurde mit falschen Vorurteilen geprägt. Trotz allem blieb sie optimistisch und kämpfte weiter gegen ihre Krankheit. Unterstützung fand sie in einer Gruppe von Obdachlosen auf der Straße. Leider wurde Sarahs Leiden noch schlimmer, als sie in der Obdachlosengruppe Opfer einer Vergewaltigung wurde. Sie lebte jeden Tag in Angst um ihr Leben und war seelisch und körperlich verletzt. Trotzdem gab Sarah nicht auf. Sie fand Kraft in ihrem Glauben und in der Unterstützung durch Freunde und Familie. Sarah suchte Schutz in einem Frauenhaus und begann ihr Leben wieder aufzubauen. Sarah hatte große Schwierigkeiten, ihre Aids-Medikamente auf der Straße zu bekommen und ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide. Sie wurde schwer krank ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte kämpften um ihr Leben und sie erholte sich langsam. Sarahs Erfahrungen waren schmerzhaft, aber sie machten sie auch stärker. Sie hatte viel durchgemacht, aber ihre Erfahrungen hatten sie auch gestärkt und gelehrt, sich niemals aufzugeben. Sie hatte auch das Glück, Zugang zu den richtigen Medikamenten zu haben und ihre Gesundheit verbesserte sich. Sarah begann ein neues Leben. Sie bekam Sozialhilfe, eine Wohnung und Arbeit. Nach einem langen Weg fand sie einen Engel, der ihren Lebensunterhalt finanzierte, und sie begann, ihren Traum von einem normalen Leben zu verfolgen. Sie zeigte, dass man trotz schwieriger Umstände an sich glauben und seine Träume verwirklichen kann. Sarah wurde gesund und führte ein normales Leben. Ende Ich bin dein Vater I lalalalalalove you I lalalalalalove you Yes I do